Ihr wollt wissen, warum ich hier den Boden wegreiß? Dann bleibt dran! Tag auch, wie ist es euch? Ich bin der Sven und wir spielen heute eine weitere Runde Satisfactory. Was haben wir heute vor? Erstmal ein Käffchen. So, ich habe in der Zwischenzeit zwar noch nichts angeschlossen, aber wenigstens schon mal die Zwischendecken und so gesetzt. Und heute wollen wir uns um die 162 Fabrikatoren und um die 8 Manufaktoren kümmern. Damit wir nicht Spaß zusammen kriegen hier. Und dann schauen wir mal, wie es da so weitergeht. Das heißt, wir müssen uns jetzt erstmal ein bisschen was holen. Wir brauchen auf jeden Fall Kabel, die wir praktischerweise direkt hier haben. Davon brauchen wir... Ungefähr so viel. Nehmen wir mal mehr mit, als wir brauchen. Beton können wir erstmal beiseite packen. Den brauchen wir gerade nicht. Und, wie ihr sehen könnt, unser Kaufhaus mit seinen Einzelnen... Ist das eher ein Kaufhaus oder eher ein Parkhaus? Kann ich jetzt überstreiten, ne? Hier müssen noch... Also, das muss noch zugemacht werden, klar. Und hier müssen wir uns auch noch was überlegen. Ich habe da mal ausprobiert, wie das so aussehen würde. Mit diesen und diesen Fenstern. Vielleicht zieht man das Ganze auch auf... Wenn ich bis auf den Boden runter bin ich mir noch unschützig. Aber jetzt sollen wir erstmal... Was geht uns noch? Die Rotoren müssten sein. Und die haben wir nicht da drin. Aber da drin. Und wie viele sind das? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Haben wir das schon mal. Warte mal... Schieben wir den Rest auch direkt mit. Weil... Sind die zwei hier. Irgendwo ist der Grundstoff. Jetzt müsste das doch nur ein Stack Motoren sein, oder? Dann haben wir hier. Dann haben wir nämlich alles direkt dabei. Und sogar noch Platz. Wahnsinn! Ja. Wie gesagt... Die Höhe nicht runterfallen. Danke. Brettenhaus müsste ich dann auch noch ziehen. Beziehungsweise die Außentreppe hier. Das da unten läuft schön. Vielleicht noch mal ein bisschen die... Prozentzahlen irgendwo bei mindestens einer Maschine anpassen. Das ist... Diese Etage. Hier wollen wir raus. Genau. Na, jetzt mal gucken. Immer schön hier so in der Mitte durch. Zeig. Und dahin. So. Jetzt möchte ich erstmal ausprobieren. Wir haben... Falsch. Äh... Fabrikatoren. Wie Kollege sitzt. Ich würde... Das sind Eingänge. Das ist perfekt. Das machen wir auch so. Wir wollen die an diese Kante setzen. So, in dem was ich geplant habe, komme ich auf drei Reihen, die ich setzen kann. Schöner wären vier. Wenn ich jetzt hingehe, den umdrehe. Eins, zwei... Drei... Drei... Vier... Ja. Passt das. Also ich weiß, ich brauche... Ähm... Zwei... Zwei... Vier... Nehme... Dann habe ich ja wieder... Also habe ich auf jeden Fall Platz für zwei Löcher von unten. Hier klingt so falsch der Satz, aber ist egal. Zwei... So... Und... Hier... Wenn ich jetzt noch den dahinter kriege, ohne dass der hinten die... So... Zählen... Moment... Eins... Zwei... Äh... Eins... Zwei... 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 Mann, umdrehen, dahin, danke, arbeiten, nur einen, jetzt kommt nämlich der hier weg, können wir da den Platz nämlich großer nutzen. So, jetzt zählen wir nämlich von da eins. Drei, drei, vier. So. Da haben wir hier viel zu viel Platz dazwischen. Das gefällt mir. Ich kriege vier Reihen hin. Das bedeutet, also ich hatte ja die 162, nein, 166. Ja, 162. Pass auf. 162. Durch 12. Ein 13,5 Reihen. Warum hatte ich das denn? 13,5. Egal, ich bin davon ausgegangen, für zwei Maschinen, oder für eine Maschine brauche ich immer so drei Platten im Schnitt. Bei 28 hintereinander, durch drei, logischerweise 9,33. Ich brauche ungefähr 14, also ich brauche ja 14 Reihen scheinbar, dann heißt das, ich kriege in die eine, eben neun Reihen rein, das heißt, ich muss die anderen fünf hier reinkriegen, das passt hier alles nicht. Das wird aber, ich glaube, jetzt geht das auf. Wir schauen mal. So, du gehst bitte so, nein, du gehst so rum, das ist richtig. Und dann ziehen wir dich jetzt erstmal schön hier rüber. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Sieben. Acht. Neun. Zehn. Elf. Zwölf. Und ich bin an der Wand. Das ist perfekt. Genau so will ich das. Und. Wand. Du gehst. Dahin. Und schon haben wir den Spaß. Auch hier. Und die Reihe nochmal. Und fertig. So. Das heißt, wir haben jetzt noch 114. Wie gibt das denn? Genau. 162. Minus. Vier mal. 140. Okay. Und das hätten wir gerne. Durch. So, dann muss ich ja sowieso erstmal diesen hier machen. Sonst passt das nicht. Äh. Durch. Ich hab da sowieso mehr Platz als zwölf. Schichter. Da krieg ich mindestens noch zwei hin. Da sind ja der 14. Brauche ich ja oben nur noch acht rein. Vielleicht hab ich sogar eine Etage zu viel gebaut. Da gucken wir mal. Das werden wir jetzt herausfinden. Ich nehm mir jetzt aber trotzdem Beton mit, damit ich da die Umwandlung fertig kriege. Dann hab ich jetzt auch wieder Platz hier. Alles nehmen, was so geht. Das heißt, hier brauchen wir nichts tun. Aber hier müssen wir. Ein bisschen was hinsetzen. Nämlich. Einmal. Zweimal. Okay, die hätten wir offen lassen können. Aber. So. So. Dann ziehen wir. LKW, der vorbeifährt. Durch. Aber wenn das soweit ist hier. Dann hätten wir quasi schon mal alles. Was macht eigentlich noch meine Züge. Die scheinen zu fahren. Das ist auch sehr gut. Das ist auch sehr gut. Wieso? Inzu. Inzu. Aber eben die Seite. So. Dann haben wir das nämlich auch schon mal fertig. Weil das ist wieder unsere Logistik. Das Ding hier ist irgendwie ziemlich hoch geworden. Muss ich sagen. Aber. Ist gar nicht so verkehrt. So. Hier hab ich nämlich das schon hingesetzt. Wenn ich jetzt hingehe. Äh. Äh. Falsch. Produktion. Nein. Produktion. Nein. Aber jetzt ist die Frage. Wie mache ich's? Wenn ich die Kollegen so setze. Könnte das da ein bisschen eng werden mit den. Mit den Leitungen. Wenn ich sie so setze. Ah. Das muss ich schon. Wir machen das einfach. Wir denken nicht an morgen. Wir machen auch so. So. Und dann schauen wir uns die Spassel mal an. Wie weit war komm. Nein. 114. Guck mal. Jetzt kommt hier die Lücke. Die würde überspringen. Aber auch. Das ist kein Problem. Das haben wir. Gut gemeistert. So. Wenn ich jetzt noch einen hinkriege. Dann habe ich. Ist das hier sehr eng. Aber das macht mir nix. Wenn ich die eine Ebene da sparen könnte. Dann wäre das wie auch. So. Dann sagen wir mal. Zwei. Drei. Vier. Wir rennen ein wenig hier hinten hin. Wir gehen uns wieder um. Eigentlich gar nicht so schlecht. Der spannende wird halt nachher wirklich die Verteilung da unten. Aber das kriegen wir alles. Dadurch, dass ich das so mache. Kann ich die Bänder einfach am Rand entlang legen. Ja. Das passt. Komische Gerüche. Das ist das. Okay. 1, 2, 3, 4. Das wäre gut. Jetzt aber. Wir setzen das wieder hier genau auf die Platte. Das ist glaube ich. Jetzt okay. Ein bisschen mehr Luft. Das ist doch gar nicht so schlecht, was wir hier machen. Okay. 72. 72 durch. Jetzt sind noch 5,1. Okay. Das ist eine seltsame Zahl. Aber auch das kriegen wir irgendwie gelöst. 1, 2, 3, 4. Einmal den Rückwärtsgang. Dann schauen wir mal. Das wird halt auch noch da nicht gehen. Der Nuklearpasta ist auch schon bald. Also die Hälfte haben wir fast. Auch schon mal ganz gut. Wenn ich jetzt richtig gerechnet habe, bleiben 6 über und übersetzen müssen wir ja auch können. Wie gesagt, ich setze das wieder auf die Kante. 2, 3. Schade, dass man das nicht so ziemlich weit nach hinten hinfließt. Sonst könnte ich mir einfach an die eine Ecke stellen und sagen oder ballern. Alles ein bisschen beschleunigen, aber das kommt so nicht hin. Ja, ich könnte auch von der anderen Seite jetzt wieder in die Richtung bauen, aber... Was hin und her kriege ich nicht hin. 2, 3, 4. Da sind meine kognitiven Fähigkeiten beschränkt. Ich weiß nicht, wie die ersten Dinger da heißen. Kriegen was mit Kabeln. Zumindest kommt da diese komische Verkabelung rein. Glaube ich. Weil auch die Magnetfeldgeneratoren, die sehen ja auch schon mal ganz gut aus. So, wie viel haben wir noch? 30. 30. Ja, da müssen ja 2 nur überbleiben. Das macht doch viel mehr Sinn. Ja klar, habe ich mich verstanden. Berechnen kann ich nicht. Weil, habe ich gesagt, wir gehen hiermit wieder an die Kante. Ich habe noch nichts, wo irgendwie so schön 2 über wären. Das ist ein bisschen ärgerlich. Na, schauen wir mal. So. Komm, jetzt versuchen wir unser Glück einmal. Eine Reihe. Ich glaube, so. So. 1, 2, 3, 4. Und rückwärts. Ich weiß nicht warum, aber aus irgendeinem Grund fühlt sich diese Richtung falsch an. Ja, ich weiß, wie bescheuert das klingt. Okay, ich brauche die andere Etage definitiv noch. Also, wenn ich jetzt hier hingehe und sage, ähm, welche Höhe verdächtigt denn? Äh, nee. Ich muss da hin. Und da hin. Aber jetzt könnte man gucken. Die Eumel, das muss ich zwar oben weg machen, äh, wenn ich dich hier hinsetze. Also nichts drücken. Ah. So. Wenn ich hier hinsetze. Da nichts hin. Ähm. Von der Breite. Ah, jetzt kann ich hier nicht schwimmen. Shit. Ähm. Wenn ich dich genau da ansetze. Okay. Könnte man versuchen, ja. Eins, zwei, drei, vier. Bam. Und hier neben. Dürfte auch passen. Das könnte knapp gehen. So. Eins, zwei, drei, vier. Machen die vier Sinn. Sechs. Machen wir sechs. Und da bleibt ein Aparallot über. Und übertakte ich. Ähm. So. Ne, was ist da hinten den? Eins, zwei, drei, vier. Dahin. Jetzt haben wir noch einen. Wenn der hier hinpasst, ist alles super. Okay. Den setzen wir jetzt relativ weit nach, da rüber. Und zwar so, dass das hier irgendwie mit einer... ...kante abschließt. Ja. Perfekt. Die können wir nochmal ein bisschen versetzen. Aber ich brauch den Spaß da oben drüber gar nicht mehr. Ich kann eine komplette Etage wieder abbauen. Keine Angst, das mache ich jetzt. What the fuck? Vielleicht habe ich ein bisschen übers Ziel hinaus geschossen. Buchstärklich. Ach ja, ich kann ja hier nicht schweben. Ach ja. Vergesslich bin ich auch. So, dann hätten wir das. Mal hier gucken. Hier ist irgendwo... ...nein. Dieser Wand geht die Brücke. Bestimmt sogar. Das war Zufall. Okay. Das heißt... ...hier drunter... ...geht der ganze Spaß. Weg. Ja, wie markiere ich mir das jetzt? Äh, naja. Customizer. Gerne diese Wand da in schwarz. Genau. Dann ziehen wir die Wand hier... ...zu. Ähm. Gucken wir mal eben. Ich fliege jetzt eine Etage höher. Also hier auf den Zwischenboden. ...und dann suchen wir da hinten. Ähm. Ich glaube, das wird nicht viel suchen sein. Ui. Der war anstrengend. Das wird nicht viel suchen sein, eh. Das heißt... Das heißt... Oh, das ist ja wunderbar. Ich kann einfach nur diesen... ...Boden hier rausnehmen. Vielleicht mache ich das doch mit euch. ...und hab dann... ...ähm... ...ne gute Höhe... ...für den anderen Kram. Ich muss nur aufpassen, dass ich nicht die Aparilus wegmache. So. Hier hin. Äh, hier hin. Also können wir 51 wegmachen? Können wir gar nicht. Ich lüge euch an. So. Merkau. Bisschen hin und her laufen. Äh. So. So. Dann haben wir hier diesen ganzen... ...Bereich einfach umsonst gedauert gehabt. Aber das ist besser, als wenn ich zwei wegmachen muss. Wollt mich besser sogar. Hier ist jetzt alles noch so ein bisschen vorsichtig rangehen. Weil ich hab ja hier noch die Aparilus stehen. Die wollen wir ja nicht wegmachen. So. Einmal da rüber rennen. Und wieder zurück rennen. Und wieder in diese Richtung. Da müssten wir eigentlich auch schon durch sein. Dann kann ich einfach nur... ...wild drauf los... ...bandalieren. Äh, das war die falsche Taste. Ja, aber jetzt können wir hier sowas machen. Und dann nicht Q drücken. Und dann nicht Q drücken. Quats. Okay. Okay. Das war nicht ganz so clever. Ja, machen wir es doch. Warten wir es doch nicht. Warten wir. Äh... Äh... Da, da... 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 Was ist mein Inventar? Aber ich wollte genug. Sehr gut. Ähm... euch beide da oben auch nicht und da hinten erst recht nicht muss sagen das gefällt mir schon mal ich war so ein sparen kann dann kann ich nicht nur ich zwar gleich noch mal hoch und ich glaube wenn da ein bisschen wegnehmen aber das ist auch halb so wild und da kommt's auto safe habe ich doch gesagt irgendwo kommen wir hin natürlich genau in dem moment ist auch soweit das ist die frage ist das für euch so interessant wenn ich mir die ganze zeit hier die teile weg machen das ist glaube ich nicht so geil oder nächste sind halt die bänder aber wenn da ist halt auch verdammt viel löcher und so setzen natürlich am wochenende machen und ja genau macht das mal eben weg genauso wie hier den den boden entfernen das mache ich auch noch eben so dann ohne euch den brauche ich halt auch gar nicht mehr also schon mal bis dahin weg jetzt gucke ich noch mal eben oben was ich da noch weg machen kann damit wir sich überlegen wie ein dach machen hier habe ich nämlich auch schon mal alles soweit vorbereitet jetzt brauche ich das gar nicht das ist ja wahnsinn das heißt ich kann das hier weg nehmen ich kann sogar den da weg nehmen machen wir das mal eben hier zu und überlegen uns wie wir das dach gestalten das haben wir schon mal ist das eigentlich aus okay die muss ich definitiv dann höher ziehen aber das ist nicht das große problem wir schnappen uns mal eben so das heißt er kann dann haben wir das schon mal und dann müssen wir uns überlegen wie wir hier oben das dach machen das wird dann irgend so eine nummer da setze ich hier glas hin das heißt das ist auch ein bisschen blöd brauchen wir nicht will ich hier oben wieder ein spitzdach oder diverse spitzdächer haben weiß ich nicht wir sind fast auf der höhe dass wir die kohle hier hätten reinbringen können aber wir sind deutlich weniger hoch als ich eigentlich angenommen hätte aber auch das ist nicht das Problem wenn ich das hier einfach als flachdach lasse und dann hier so ein bisschen mit den dingern arbeite einfach nur so eine leichte umrandung ziehen bei dem brauche ich auch schon nicht mehr doch die brauche ich die dann alle das machen wir eben ist das so ein bisschen bungalow und eigentlich wird das ja dann da in dachrinnen reinlaufen irgendwo oder mittig wir stellen uns einfach vor hier wäre so ein ganz ganz leichtes gefälle drin in irgendeine richtung und deswegen macht man das damit das von vorne wirklich wie ein wer ist das also wirklich so aussieht als wäre da oben an der oberkante das dach gerade und man sieht kein gefälle alternativ bildet das natürlich auch eine wunderschöne wanne quasi ein pool in dem man nicht reinkommt das ding können wir dann auch zu machen hier und da kann man den kollegen draufsetzen und den kollegen draufsetzen damit sind wir hier durch und wir können hier zu machen hier zumachen und wie viel das hier noch ist das sind aber auch immer riesen flächen die man hier einbetoniert das war jetzt doch noch mit euch und dann heute gut aus den aparellos hinten kommen nur diese heavy modular frames raus wir müssen jetzt ein bisschen auch gucken wie wir die sachen optimal zusammenpacken auf welcher etage welche sachen gemacht werden und so interessant wird noch mal wie wir motoren und den anderen kram die modularen rahmen zusammenfügen auf dem band damit das runter geht weil das haben wir ja gott sei dank hinten in unserem lager das ist sowieso auseinander dividiert wird da auch an stellen davor so fertig da ist unsere krasse wunderbar und meine ich das nur oder haben sich die hat sich hier irgendwas verändert war bei dem symbol schon immer der der fluss anzeiger mit dabei das ist nicht einfach nur das symbol von egal ich denke jetzt nicht drüber nach vielleicht bin ich auch einfach nur komplett durch da habe ich gesagt den wollten wir gerne weiter oben haben das tun wir jetzt auch gehen dann nach innen dahin sagen von hier bitte da rauf und weg hier super das bleibt hier erstmal so ähm beton müssen wir dann ich möchte noch ein zwei sachen ausprobieren wir machen mal eben diese scheibe hier das Ding weg setzen dort eine scheibe hin was ist denn kann ich das jetzt noch machen äh nicht ein fundament eine wand kann ich ok das lässt er mich nicht machen ich hätte eigentlich gehofft ja da eine wand hinsetzen zu können also so eine hier dann wäre das vielleicht nochmal interessanter gewesen aber das haut so nicht hin bei den fenster wenden haben wir nicht irgendwas die ist mir halt zu bulky um sie da unten hin zu setzen wie sehe das aus der sitzt auch wieder unten an also die Glaswände sind echt äh noch ein bisschen ein Problem weil wenn ich das da reinsetze das lassen wir so so heißt ich muss mich kümmern um Verstromung und Anschluss der ähm Ressourcen und dann bauen und wer wo wie was wann sowohl hier als auch warum zum Geier ist das sind sind alle richtig also einmal da drum um die etage da drüber dann muss ich mich kümmern um äh treppe da hoch das heißt wohin wollen wir eigentlich immer die treppe haben wir wollen eine treppe immer ja einmal einmal von der Ebene im Idealfall wäre äh dort eine das ist wie hier und dort und dort dann andersrum oder ja da das heißt ich muss mir nur was einfallen lassen dann die Distanz von hier nach da überbrücke und dann von da nach da und das gleiche machen wir da oben drüber okay das ist also sind also die Aufgaben die wir so haben da werde ich jetzt einiges äh am Wochenende machen und ähm dann war's das eigentlich auch schon für heute ja ich sag mal das war's für heute wenn es euch gefallen hat dann lasst mal so ein Abo da äh Glocke nicht vergessen einen Daumen wäre großartig Kommentar freue ich mich riesig drüber damit macht es gut Käffchen Tschüss